Ich möchte Sie herzlich begrüßen bei unserem heutigen Vortrag oder Seminar über die nicht-toxische oder ungiftige Krebstherapie. Denn viele Patienten suchen nach einer Therapie, die milde ist, mit wenig Nebenwirkungen behaftet und trotzdem wirksam ist. Und ich möchte Ihnen heute eine Reihe von Stoffen vorstellen, die in dieser nicht-toxischen Therapie zur Anwendung kommen. Sie haben sicherlich meinen Vortrag über die metronomische Tumortherapie gehört. Und da habe ich Ihnen ja ein Verfahren vorgestellt, das ebenfalls sehr wirksam ist bei fast allen Tumorentitäten, also Tumortypen und relativ wenig giftig ist. Ich darf hier nochmal die wichtigsten Aspekte der metronomischen Chemotherapie wiederholen. Es ist nämlich ein Paradebeispiel einer nicht-giftigen oder wenig-toxischen Tumortherapie. Und zwar hemmt die metronomische Tumortherapie die Bildung von Gefäßen, von Tumorgefäßen und hat damit einen direkten Effekt auf das Tumorgeschehen. Dann es reduziert vor allem die regulatorischen T-Zellen oder T-Rex. Und damit hat es eine direkte positive Wirkung auf das Immunsystem, was nämlich dann wieder arbeiten kann. Und dann hat es natürlich eine direkte Wirkung auf die Tumorzellen. Das heißt, es ist genau wie die hochdosierte Chemotherapie zytotoxisch. Um das gesamte Tumorsystem noch besser zu treffen, kann diese metronomische Tumortherapie wesentlich erweitert werden, und zwar durch Wirkstoffe, die ursprünglich für völlig andere Indikationen entwickelt wurden, aber einen weithin sichtbaren Tumoreffekt haben. Diese Medikamente sind eigentlich keine Krebsmedikamente, sind auch für die Tumorbehandlung eigentlich nicht vorgesehen und sind insofern ein Off-Label-Use, wie man so schön sagt. Es handelt sich bei diesen Stoffen um Metformin. Das ist ein Antidiabetikum. Und warum man das positiv bei Tumorpatienten einsetzen kann, werde ich Ihnen erklären. Dann handelt es sich um Celebrex, das ist ein Antirheumatikum. Dann Cemitidin, das ist ein Magenmittel. Naltrexon ist ein Opioid. DHEA, ein Hormon. Dichloacetat, DCA, ein Mittel zur Wasseraufbereitung. Dann Procain ist ein lokales Anästhetikum. Aspirin, ein Schmerzmittel. N-Acetylcystein, ein Schleimlöser. Die Digitoxin, ein Herzmittel. Und dann kommen die Beta-Block-Anstatine auch noch in Frage für die nicht-toxige Tumortherapie. Und schließlich sind es die Naturstoffe, Kokumin, dann Indol-3-Cabinol. Das ist ein Stoff aus Kohlgemüse, aus Kreuzblütlern. Quercetin aus Zwiebel- und Apfelschalen. Und Artemisinin aus der Atmesia. Das heißt, Sie sehen, diese Stoffe, die sind auf dem Markt oder erhältlich. Metformin ist seit 30 Jahren in der Diabetesbehandlung eingesetzt. Man kennt also die Wirkung und auch die Nebenwirkung. Celebrex ist ein weit verbreitetes Mittel zur Schmerzbehandlung bei Rheuma. Zemethidin ist ein Uralbmittel gegen Magenolkus. Naltrexon ist ein Mittel für Suchtkranke. DHEA ist ein Hormon. Das heißt, Sie sehen, das ist breit gefächert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen die denn im Tumorgeschehen und warum kann man diese Medikamente benutzen, um sozusagen eine erfolgreiche Tumortherapie durchzuführen. Ich will es Ihnen zunächst am Metformin erklären. Metformin ist sehr weit verbreitet, weil es nicht nur ein Antidiabetikum ist, sondern auch heute vielfach in dem Anti-Aging, in der Altersmedizin verwendet wird. Und es gibt dazu sehr viele Studien, die belegen, dass Metformin, wenn man Metformin einnimmt, das allgemeine Krebsrisiko um 54 Prozent reduziert werden kann. Dazu gibt es eine Veröffentlichung, die hier auf der rechten Seite aufscheint. Das ist eine Veröffentlichung, die das noch einmal belegt, wie viel oder welche Wirkung das Metformin auf das Tumorgeschehen hat und warum man Metformin eigentlich bei allen Tumortypen mit einsetzen kann. Und zwar hat der Erste, der sich damit intensiv befasst hat, war ein Bruce B. Duncan, ein kanalischer Arzt, der das beobachtet hat und hat das so zusammengefasst mit Metformin. Es kann also sehr effektiv in der Prävention von Krebs sein, aber es verbessert auch die Prognose von Patienten, die bereits Krebs haben. Das heißt, es ist weit einwendbar. Also einmal in der Nachsorge beispielsweise von Krebskranken, um sozusagen zu verhindern, dass sie Rezidive kriegen, aber eben auch, wenn das Tumorgeschehen aktiv ist. Dann, es gibt ja eine Reihe von Stoffen, die wir kennen, die für die Krebsentstehung ursächlich sind. Zum Beispiel die sogenannten Sauerstoffradikale, der oxidative Stress, der beispielsweise zur DNA-Veränderung führt und damit zur genomischen Instabilität. Und wie Sie hier unten sehen, verhindert das Metformin, die Bildung von diesen Sauerstoffradikalen, mindert den oxidativen Stress und verhindert damit die negative Einwirkung auf die DNA. Aber das ist nicht alles, was das Metformin macht, sondern Metformin induziert auch eine sogenannte Stoffwechselblockade in dem Tumor, der praktisch dann zu einer Apoptose, also zu einem Untergang des Tumors führt. Und dadurch wird die Überlebenszeit von Krebskranken deutlich verlängert, zum Beispiel von Patienten mit Lungenkrebs, Dickdarmkrebs und Brustkrebs. Sie haben das hier auf der rechten Seite in dem Bild sehr schön dargestellt. Sie haben auf der einen Seite die konventionelle Chemotherapie, wie Sie das hier sehen, ist der Tumor, die konventionelle Chemotherapie. Die zerstört hier die Tumorzellen, aber die Stammzellen bleiben übrig. Und dann kommt das irgendwann zum Rezidiv, das kennen Sie alle. Und mit Metformin ist genau, ist umgekehrt, die werden zerstört. Der Tumor geht in Regression und in vielen Fällen kommt der Tumor gar nicht wieder. Das heißt also, Metformin ist nicht nur präventiv wirksam, sondern auch therapeutisch. 24 Prozent mit Chemotherapie und Metformin. Behandelte Patienten haben im Allgemeinen eine komplette Remission im Vergleich zu 8 Prozent der Kontrollgruppe mit Chemotherapie. Aber ohne Metformin, diese Arbeit, können Sie gerne bei mir abrufen und nachlesen. Wie wirkt jetzt das Metformin? Und da muss man sich ein Vokabel merken. Das ist AMPK. Das wissen die meisten nicht, was das ist. Und ich habe das auch lange nicht gewusst. Das ist die Adenosin-Monophosphat-aktivierte Protein-Kinase-A-MP. Und hier behandelt es sich um ein Molekül, was praktisch überall eine Rolle spielt. Und zwar in den Mitochondrien, in dem gesamten Stoffwechsel der Zelle. Das heißt, es ist ein absolut lebenswichtiges Molekül und an allen zellulären Prozessen beteiligt, die auch zur Dysregulation von Stoffwechselprozessen führen können, wie sie zum Beispiel beim Diabetes oder beim Krebs auftreten. AMP ist quasi eine Art Energiefühler. Die Amerikaner haben immer schöne Ausdrücke dafür, die nennen es Fuel-Sensor. Wir haben diese schönen Ausdrücke nicht. Und es ist ein Stoffwechselschalter, ein Metabolic-Switch. Das heißt, dieses AMPK reguliert normalerweise Stoffwechsel und Zellwachstum. Dann haben wir hier noch einmal, wo es überall eingreift. Darauf will ich nicht eingehen, aber salopp ausgedrückt kann man sagen, AMPK erzählt der Zelle, wie sie ihre Energie konservieren und auf der anderen Seite neu gewinnen soll. Das heißt, sie erkennt und reagiert auf Änderungen des zellulären Energieniveaus. Sie bestimmt beispielsweise, wie Fette und Kohlenhydrate verstoffwechselt und gespeichert werden, verringert die Zuckerfreisetzung aus der Leber, erhöht die Glucoseaufnahme aus dem Blut und erhöht vor allem die Empfindlichkeit für Insulin. Das heißt, wir entwickeln ja im Laufe unseres Lebens eine Insulinresistenz und das führt dann in vielen Fällen zum Altersdiabetes. Beim Krebs ist es auch so, dass die Tumorzelle über Insulinrezeptoren verfügt. Okay. Hier haben Sie noch einmal die Wirkung auf diese so wichtigen Stoffwechselschalter, AMPK. Und wenn der also aktiviert wird durch das Metformin, dann haben wir eben auch praktisch eine Angiogenese-Hemmung. Das heißt, es ist ähnlich, wie wir es bei der metronomischen Tumortherapie schon gesehen haben. Dann, was machen wir da, das können wir übergehen, das ist ein bisschen kompliziert, das Bild. Hier haben wir das eigentlich noch einmal ganz schön dargestellt. Was das Metformin macht, das Metformin hemmt also praktisch hier die Freisetzung von Sauerstoffradikalen und hemmt damit sozusagen die Energiebildung, was dann letztlich zum Tod des Tumors führt. Das heißt, der Tumor verhungert eigentlich im Gegenwart von Metformin. Und das Gleiche gilt hier, und die Leber werden also praktisch auch nicht richtig versorgt, sodass es zu einem Energiestress kommt. Die Leber schreit und das führt dazu, dass AMP vermehrt gebildet wird und dass dann als Gefolge dieser vermehrten AMP dieser positive Effekt zustande kommt. Hier haben Sie nochmal ein schönes Bild, was ich ja nicht sehr mag, weil es sehr einfach ist. Sie haben hier Metformin und Sie sehen, dass Metformin über bestimmte Schleusen in der Zellmembran hier in der Zelle dieses AMP aktiviert. Das AMP haben wir ja nun schon gelernt, was es alles macht. Das hemmt dann hier beispielsweise diese Signalkette und dann kann die nicht mehr Proteine bilden und der Tumor geht kaputt. Ein Metformin wirkt aber auch hier unten noch einmal, sodass also praktisch zwei Blockaden in diesem Ablauf sind. Dann wirkt das Metformin direkt auf die Leber im Sinne der Steigerung von AMP, was ich Ihnen schon gezeigt habe, das heißt die Glucosebildung, die Gluconeogenese wird gehemmt und dadurch kommt es zu einer Verminderung des zirkulierenden Insulin und wenn das Insulin fehlt, dann kann beispielsweise Glucose über den Insulinrezeptor nicht sehr gut in die Zelle eingeschleust werden. Das heißt, wir haben eine ausgesprochen interessante Wirkung von Metformin auf den Stoffwechsel und vor allem auf den Tumorstoffwechsel. Und damit führt das Metformin über das AMPK eben zu einer eindeutlichen Verminderung des Tumorwachstums. Das heißt, der Antikrebs-Effekt, so kann man das formulieren von Metformin, einem Antidiabetikum, was man auf ein normales Rezept aufgeschrieben werden kann, ist direkt auf den Tumor durch eben die Verknappung des Energieangebotes und indirekt mit dem Medikament assoziiert, dass weniger Glucose zur Verfügung steht und damit ein gewisser Hungerzustand in der Tumorzelle auftritt. Ja, dann haben wir manchmal die Situation zum Beispiel bei Tumorpatienten, bei Patienten mit Prostatakarzinom, dass sie eine Antihormonbehandlung bekommen und diese Antihormonbehandlung führt natürlich dazu, dass der Tumor gehemmt wird und dass der Tumor sozusagen zunächst mal nicht mehr proliferiert. Aber es führt auch dazu, dass der Tumor anfängt sozusagen in sich selbst das männliche Hormon zu bilden, Androgene, und dass dann der Tumor aggressiv wird und vor allem nicht mehr auf eine Hormontherapie anspricht. Dies wiederum führt dazu, wenn man die Androgendeprivation oder Hemmung macht, dass die Patienten vermehrt Insulin auswerfen und dass das Insulin wiederum auf das Tumorwachstum positiv auswirkt und dass es eben den Tumorzellen hilft, diese Androgen zu produzieren. Und wenn Sie diesen, sprich also den Prostatapatienten, die unter einem Hormonentzug Metformin geben, dann führt das zu der Blockade des Insulins und die Patienten bleiben sozusagen länger empfindlich auf eine Antihormontherapie. Da gibt es Studien dazu, die das belegen. Dann gibt es natürlich eine unglaubliche Fülle von Publikationen. Ich habe über 3000 gefunden. Und das endet eigentlich immer so, wenn man die konventionelle Therapie nimmt, dass die eine und dann Metformin dazugibt, dann erhält man diese Kurven. Das heißt, nach fünf Jahren leben in der Metformin-Gruppe immer mehr Patienten als in der Nicht-Metformin-Gruppe. Das heißt, durch die Hereinnahme von Metformin einen praktisch nicht-toxischen Effekt in die Tumortherapie, ob sie nun konservativer, hartes oder mehr, der metronomisch entspricht, hat man einen extremen Plus-Effekt, den man nutzen sollte, da er nicht mit einer erhöhten Giftigkeit verbunden ist. Ich könnte jetzt noch stundenlang über die Studien, die es dazu gibt, sprechen und Ihnen auch Ergebnisse zeigen. Aber das würde Sie langweilen. Ich glaube, es reicht aus, wenn wir an dieser Stelle feststellen, dass Metformin sozusagen eine Substanz ist, die langsam, aber sicher ihren festen Platz in der Tumorbehandlung bekommen wird. Und zwar, weil sie eben diese Wirkung hat auf den Tumor und sie ist vor allem eben kosteneffektiv. Das ist ganz entscheidend. Und unterm Strich hat sie eben die Wirkung, die Therapie, welche auch das immer ist, effektiver zu machen, ohne die Nebenwirkungen zu erhöhen. Das heißt, es ist also eine super Substanz. Zusammenfassend könnte ich Folgendes sagen. Die Metformin ist in der Lage, die Häufigkeit von Krebserkrankungen zu vermindern. Dann die Sterblichkeit aufgrund von Krebserkrankungen zu verringern. Das Ansprechen auf Strahlen- und Chemotherapie zu erhöhen. Die Metastasierung und die Malignität zu reduzieren. Und die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls zum Beispiel nach Operation und Strahlentherapie zu verringern. Und vor allem auch zum Beispiel bei der Hormonentzugstherapie die Nebenwirkungen zu reduzieren. Also alles in allem eine Substanz, die wenig giftig ist, die auf Rezept in der Apotheke erhältlich ist, kostengünstig ist und diesen doch tollen Effekt hat auf das Kodtumorgeschehen. Gut, hier ist es nochmal in dem, was ich eben gesagt habe. Dann möchte ich an dieser Stelle, ich liebe diesen Spruch, sagen, Dummheit ist nicht, wenig zu wissen, auch nicht wenig wissen wollen. Dummheit ist, glauben, genug zu wissen. Und das ist leider sehr weit verbreitet unter den Kollegen, dass sie glauben, alles zu wissen und sich mit solcher Substanz wie Metformin nicht ausreichend beschäftigen und deren Wert für ihre Patienten erkennen. So, ich glaube, ich bin hier am Ende und denke, dass Ihnen das ein bisschen genützt hat. Beim nächsten Mal werde ich im Rahmen dieser Überbegriff nicht-toxische Tumortherapie oder ungiftige Krebstherapie über weitere Stoffe berichten, die ebenfalls eine extreme Tumorwirksamkeit haben, die auch entsprechend wissenschaftlich nachgewiesen ist, sodass ich mich freue, wenn Sie bei den nächsten Vorträgen wieder dabei sind. Vielen Dank für heute und viel Erfolg für Ihre Therapie. Danke.